Wie genau soll Ihr Traumhaus aussehen? Mein Heim 3D gibt Ihnen alle Werkzeuge, damit Sie vom Grundriss bis zum fertigen 3D-Modell Ihr Wunschhaus gestalten können. Ob für Neubau, Umbau oder Renovierung, Sie können detailliert planen und sich ein realistisches, plastisches Bild von Ihren Plänen machen. Wählen Sie die passenden Möbel, Fliesen, Teppiche oder Türen und gestalten Sie den Außenbereich. Der integrierte Kalkulator hilft Ihnen außerdem, die Kosten im Griff zu halten. Mit dem Topografie-Designer können Sie sogar Höhenmarken und Geländelinien einfügen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Und der Zaun-Designer schließt Ihr Traumhaus im besten Sinne ab. Mein Heim 3D. Planen und gestalten Sie Ihr Traumhaus. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.